Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Untergehen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Geht unter, ging unter, ist untergegangen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich gehe unter. Du gehst unter. Er geht unter. Wir gehen unter. Ihr geht unter. Sie gehen unter. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich ging unter. Du gingst unter. Er ging unter. Wir gingen unter. Ihr ging unter. Sie gingen unter. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich gehe unter. Ich gehe unter. Du gehst unter. Du gehst unter. Er gehe unter. Wir gehen unter. Ihr geht unter. Sie gehen unter. Nun folgt der Konjunktiv 2. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb untergehen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.